so leute da sind wir beim nächsten booster und ich habe noch mal ein bisschen rumgekramt und ich habe noch mal ein jumpstart von damals dieses supercool nicht providete produkt und ich habe noch eins rumliegen gehabt was mittlerweile auch schon sehr angeschlagen ist und normalerweise sage ich immer öffnet keine jumpstart booster spielt damit und das meine ich ernst spielt damit es ist so viel cooler wenn man damit spielen kann aktuell will es aber keine mit mir spielen und ich habe noch ein bisschen was davon rumliegen also dachte ich mir ein booster ein booster kann man ja mal aufmachen und deshalb gucken wir uns mal an was wir hier bekommen wir haben smashing ich habe keine ahnung was mashing ist ich habe smashing tatsächlich noch nie gehabt oder gesehen es gibt bestimmt schon leute die jetzt schon wieder ausschalten oder sagen oh voll geil oder so mal gucken was mashing ist unsere er ist was bist du denn hamlet back in goliart 7 6 6 immer wenn andere kreaturen und noch ein spiel kommt lege x-plus-1-magen drauf wobei x auf den wobei x die stärke ist und wir haben zwei rares shark an unsealing vier mana verzauberung immer wenn man kreaturen zauber mit power 4 5 oder 6 macht macht man vier schaden an irgendein target das ist sehr cool immer wenn man eine kreatur mit sieben oder mehr stärke spielt fügt man fünf schaden zu jedem gegner jeder kreatur und jedem planeswalker die die gegner kontrollieren zu wow das ist mächtig ist doch bestimmt so ein commander ding three years right dreimal ein schadet zu beginn des end steps wenn wir eine kreatur kontrollieren mit stärke fielder mehr exilen wie die oberste karte und wir können die karte so lange spielen bis wir hier miteinander karte exilen auch nicht schlecht unleash fury double the power of target creature nicht schlecht also doppelte stärke zwei mana vier drei wenn er ein spiel bekommt sie müssen mit einer karte abwerfen 7 4 mana 7 3 trampel zu beginn des end segments muss der angegriffen oder geblockt hat wird ein stack gemischt sehr cool oh ja den kann ich auch noch 222 brows den kann man opfern um damit zu verfügen dann haben wir so normale kamens 4 3 1 2 fling fling ist natürlich sehr cool und hier streaming bluff kommt getappt ins spiel man sagte farbe an dann können die tappen für rot oder grün oder so oder weiß je nachdem was man angesagt hat bone pit brute und hier ist der smashing mountain ich finde es immer noch sehr schade dass sie nicht alle mountains dahin gemacht haben aber okay wenigstens haben wir ein smashing mountain ja sehr sehr cooles teil und ich hoffe das war jetzt ein bisschen quickie wie immer bei den jumpstart dingern gehe ich nicht so krass auf die cams und an cams ein und wenn ihr noch mal irgendwo jumpstart findet vier stück oder so spielt das spielen macht mega viel spaß und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin habe ich es geht's ciao ciao